Hallöchen meine lieben Pokémon Trainer, willkommen zurück zu Pokémon Schwarz in der Nuzlocke. So, wie ihr es im Rahmen seht, die Nuzlocke ist jetzt weg. Und wir gehen weiter. Ist das wie viel Lauter für mich? So, wir sind Leitermacher für mich. So, äh, hi. Dann wollen wir ein Rüttchen kämpfen. Und heute auch nach uns nach dem... Ich habe vergessen zu gucken, welches kleine Turnout. Warte, jetzt kann ich ja mal ganz kurz hier... ... mir das Handy zur Hand. Äh, oh gut, so Dings. Warte mal. Warte mal auf Intensität. Ach, sie hat die drei Affen, ne? Ach, nein, ich stehe lieber. So... Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Warte nochmal auf, 나와 zu hören. Ah, da kommt vigi, Marc. Wie soll ich jetzt... Jetzt tauschen wir aus. Ah, ja prä Pam, Paul. Dann läuft der sowieso irgendwas mit tellement da her. Ah, okay, da. Stufe 31 ist Level Cap. Stufe 31. Blauflamm. Boom. Ich glaube, im zweiten Teil ist dann ja hier dieser Reihumkampf, ne? Oder diese Drieschreibenkampf. Da-da-da-da-da. Und Blattgeißel. Sehr schön. Paul, das hast du super gemacht. So, wir werden jetzt aber auch nochmal einen Aufwecker einsetzen. Für Sören. Ich bin auch vollkommen vorm Hocker. Hm? Wird zum Gucken was an dem Pulte zu betreten? Kauft die Milch, irgendwie die Pils oder so ab? Also, das ist so, Mini-Pilzüge und so weiter? Weil ich schon hab. Nö. hier ist steinknochen die herren will kein steinknochen essen hallo wir haben noch ein bisschen luft nach oben 31 ist das level cap ein rollo alles klar warum muss ich mit intensität arbeiten kommt natürlich mit eisenabwehr solange es kein schutzschild ist ja mach nur mal weiter kein problem komm syrim mach ne intensität 9 dann ist das durch warum hab ich das so gut gesagt mit schutzschild das wäre so eine 8 gewesen nein wenn du jetzt vergiftest ne ich schwöre ich drehe dich boah alter ja cancer battle hier und noch ein rollo groß identität 10 kein geschehen man 8 sehr schön fritzverein und weg und level 27 für söhrein was auch wunderbar so jetzt tauschen wir mal kurz aus weil paul jetzt dran ist gehen wir weiter ihr wollt aber nicht alle kämpfen ne ich glaub genau ihr seid nur zuschauer aber er will kämpfen aber er möchte kämpfen aber er möchte kämpfen ich glaub wir können noch zwei pokémon fangen ne also bevor wir jetzt zu turnern müssen einmal oben auf der route und oben bei den Containern mir fällt grad ein wo kriegen wir eigentlich ne Angel her weil ich bin mir ziemlich sicher dass wir wahrscheinlich schon irgendwie angeln hätten können guck mal kurz Moment äh sch schwarz kangel äh Entschuldigung so ähm Intensität Intensität ähm 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 ach du Schande alles klar Angel gibt's erst nach der pokémonliga alles klar alles klar das wird ja jetzt aber nicht gerechnet eine E-Gitarre bekommen Artikel ok dum 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 so ein Flampion Wann könntet ihr mal jetzt mit Pokémon einsetzen? Ich kann ich kann die ganze Zeit mit Frauen nicht kämpfen Zürin mach du das mal ich meine deinen du du resistest zum Feuerschlag 4 warum auch immer ein Dings ankommt mit Kopfnuss Ciao Detetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Was war das? Das war diesen komischen Künstler hier. Ach, und auf der Brücke gleich dürfen wir auch einen Pokémon fangen. Normalerweise findet man da ja Picolentis bei den Fliegenteilen. Och, nö. Du wirst dran, Fritz. Natürlich ist es ein Olaf ein. Mann, ich will Polen nicht genug einbeziehen. Ja, genau deswegen. Aber ich habe einen Knirscher, der dir weh tut. Das war nur rum zu der Gruppe schon dran. Nö. Bam. Tschüss, Symbolhaarra. Ja, Erfahrungspunkte-Teilung hier. Olaf, Level 28. Wunderbar. Hier, klar. Zeit anzurufen. Ich bin's. Lass bitte die Zugbrücke runter. Ich habe hier ein paar Trainer, die dich antreten möchten. Ja, danke. Seht mal. Die Brücke wird nur zu runtergelassen, wenn man, äh, wenn es Trainer für die Arena gibt. Selber ein bisschen seltsam. Auf mich warten Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Der Arenaleiter der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig. Also, viel Glück. Ich bin ein Trainer. Ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird mir bald Gehör schenken. Hat er doch. Er hat nur einen Ranzicht als du. Hä, Typ. Wie kann es sein, dass du hier eigentlich rumstehst, Kollege? Die Brücke war gerade noch drunter. Wo ist der Flam? Wo ist der Schatten? Ich will das Pokémon haben. Hallo? Ah, da. Ah, nur eine Flinkfeder. Toll. Toll. Da ist es. Und? Elitomith. Okay. Wir haben schon ein Gesteins. Wir haben schon ein... Kiefer-Pokémon. Aber, ja. Na gut. Nehmen wir uns ein weibliches Little Mith. Mal drauf, hoffen. Nur, dass es... Also, wir haben das... Nicht kält. Okay, gut. Hahaha. Alles klar. So. Dann... Ach komm, guten alten Pogoball. Dat geht. Bam. Aber wir können wir in der Lache austauschen. Das ist ja nicht verboten, auszuteilen. Aber jetzt werde ich erst einmal... Sören heilen. Nimm ich halt einen Timer bei, wenn du die magst. Mann, mit dem vollgefangenen... Das ätzende Sekret aus seinem Mund läuft es ihm, ohne weiteres Steine auszuhöhlen. Okay. Ein weibliches. Ach komm, wir gehen ihm den ganz schnöden Namen. Du wirst Nina. Nina, nimm Punkt. So. Willkommen. Willkommen. Dö, dö, dö. Ba, dadadadadadadadadada. Dö, 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 dö. Und wenn du dir gesprochen hast, ich bin Turner erinnern an der Stadt. Und als du ihn empfangen dürft ihr von mir aber nicht erwarten. Wir war runter, dass eine Brücke ist schuld daran, dass diese Kerle von Team Plasma entkommen und jetzt in der Stadt auf freiem Fuß sind. Das ist aber ärgerlich. Wir sind da natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke für uns runtergelassen habt. Aber deswegen trifft das auch wegen der Flucht keine Schuld. Ist der Eureka. Der Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und dass die Galunken von Team Plasma in der Stadt entgehauen sind. Auch wenn jetzt der Zart rüberkommt, aber ich verlange von euch, dass ich diese Kerle für mich ausfüllen darf. Jeder steht für die Geträner, oder? Ach ja. Wenn ihr die Kerle von Team Plasma findet, trete ich dafür auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? Muss das Ganze ein Geh-Bundee. Einverstanden. Ich war ohnehin auf der Suche nach Team Plasma. Aber wenn ich bei der Aktion einen Pass von ihnen besitzen kann, werde ich dabei auch noch stärker. Zweifeligen wir einfach also. Nun dann, Adam, geh da mal schon mal vor. Ich geh da schon mal vor. Dann geh du schon mal vor. So, ich geh jetzt erstmal hier rein. Ich werde Will to Smith erstmal auf die Box packen. Weil ich mir jetzt erstmal noch die beiden... Ich will mal spiele das mal ein bisschen, damit wir hier vorankommen. Hast du denn ein Item dabei? Nein, nee, der hat kein Atem dabei. Da können wir nicht genau gucken, was für Pokémon wir nehmen werden. Nein, diesmal kein Friedhof. Das ist schon so ein... Ein Wunder. So. Dann haben wir zum Beispiel schon mal Nina. Mal gucken, was wir auf den anderen beiden Routen noch fangen. Und dann können wir uns entscheiden, was wir reinnehmen. Dann zeig doch mal her. Uh, das ist nice. Gladiante. Mal gucken, was wir hier. Ich nehme mal den Hüferball. Sicher, sicher. Der da einfach ausbricht, weißt du. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 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 Wirst du jetzt so nett sein und in den Ball reingehen? Guck mal, dann probieren wir einen Finsterball. Es ist zwar heller am Tag, aber... Na, es geht doch. Gladiantri wurde gefangen. Ein weibliches Gladiantri. Sein Körper ist mit Klingen übersät, die es an Felsen eines Flussbettes schärft, wenn sie im Kampf schartig werden. Auch ein weibliches. Aua. Sorry. Ist aber auf jeden Fall mal was anderes als Gestein, Wasser, Psycho. So, Elena. Elena hat ein Item dabei. Ein Aufdecker. Siegel sinken Statuswerke, steigt sein Angriffswerk. Oh, erinnert erhöht. Okay. Moment. Oh, das Gluckstei. Sehr schön. Item zum Trainieren, weil wir werden definitiv unsere anderen beiden Pokémon trainieren müssen. Dann gehen wir mal nach Süden. Mist, ich komme hier nicht vorbei. Dreck. Mann, ich wollte doch nur... Hallo, Rollo. Blauflammen. Ja, natürlich. Was geht's da an ihm? Ich mache... Nein, das ist so. Danke. Ich wollte sagen, nein, nicht schon wieder. Achso. Oh. Und tschüss. Level 27 für Paul. Das ist auch nice. Nein, 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 nein. Ein Low Cups. Ah, das geht dann leben. Ich muss mal aufhören, Ausdauer die ganze Zeit zu machen. Danke. Ich gehe aber doch mal unsere Pokémon nochmal hellen. Also, erinnert möchte ich schon gerne mit reinnehmen. Stahl und dann auch noch Unlicht dazu. Er sagt ja, wir bräuchten den Unlicht für Mythodors. Okay, gut, ich komme vorbei. Ein Duftpilz. Nice. Gibt's hier auch dunkles Gras? Einfach mal so gefragt. Sieht nicht danach aus. Ein Vitalkraut. Bei einem anderen Typen, da krieg ich Spoilen hellen, ne? Ah doch, hier ist dunkles Gras. Tüt, 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 tüt. Dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt kommt, ein doppeltes Pokémon ist. Na, eins nur. Ein Schlurp. Wäre mal was. Das ist immer was anderes. Ich setze mal, ähm, so rein. Ah, wegen seiner normalen Attacken. Schade. Ähm. Ähm. Du wirst mir mal wieder den Gefallen tun, einfach nebenbei jetzt drinnen zu bleiben. Paralysieren wir jetzt etwas. Sehr gut. Komm schon, Schlurp. Ah, alter. Danke. Alter. Alter. Steigt es seine ca. 2 Meter langen Zunge und zittert seinen Schweif. Sie scheint verbunden zu sein. Zwei Meter lange Zunge. Äh, ich glaube, die beiden nehmen mich. Ich nehme Elena und Wilma nehmen mich mit rein. Das ist interessant. Ich nehme mal Wilma an. Abschlag, Wickel, Stampfe, Aussätze. Hat Tempomacher, also keine Verwirrung. Ich würde es halt ein großes Plus-Wesen. Gut. Gut, 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 gut. Nein, ich bin zu niedrig gewesen. Äh, äh. So, ich sprit jetzt mal hier durch den Kampf. Ist aber allerdings auch gar nicht so schlecht, weil... Weil ich ja gleich so gut trainieren muss. Wie bin ich denn an dir vorhin vorbei? Ach so, ja. Hallo, Doris. An dir bin ich hier oben so vorbei. Ja, 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 ja. So. Ja, Leute, ich würde dann sagen, wenn ich die Folge freue, ich werde... Werde ich wenigstens trainieren? Eigentlich bräuchte ich das gar nicht trainieren. Das kann man nebenbei trainieren, eigentlich, ne? Elena, Wilma ist ja fast auf dem gleichen Level. Ich würde sagen, ich werde denen einfach mal ein bisschen die, äh, Dings geben, ein paar TMs. Und wir werden die Items mal ein bisschen rumtauschen. Hier schmeißt ein Daumen auf das Video. Denkt daran, uns zu abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.